Die New Age Bewegung Nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jüpfen. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age Trunk genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991. Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Das ist in der Tag ein prophetisches Wort, doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo und Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wieder mal auf einem Sabbat, auf einem Samstag habe ich mich eingefunden zu einer neuen Lesung. Das mache ich immer gerne. Ich habe gerade den zehnten Teil von Herrscher des Bösen hochgeladen, Kapitel 23. Wer das nicht gesehen hat, dem kann ich das sehr ans Herz legen, sich das anzuschauen. Und jetzt lese ich Kapitel 14 des Buches, das wir im Augenblick besprechen. Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlian. Und Kapitel 14 heißt Verfolgung und Inquisition. Nun, auch dieses Kapitel ist ein Kapitel, worüber man eigentlich ein ganzes Buch schreiben könnte. Sogar ganze Bibliotheken könnte man mit diesem Thema Verfolgung und Inquisition füllen. Es gab auch mal eine Zeit, wo darüber solche Dinge gemacht wurden, wo tatsächlich ganze Bibliotheken mit solchen Themen gefüllt wurden. Aber heute ist das unterdrückte Wahrheit. Heute ist das unterdrückte Geschichte. Ich weiß aus Amerika, Tom Fress hat mir das erzählt, dass vor so vielen Jahren, als er noch jung war und in die Schule ging und in die Kirche ging, dass es damals mehr oder weniger verpflichtete Lektüre war, das Buch Acts and Monuments, das den meisten wahrscheinlich besser bekannt ist als Foxes Book of Martyrs, zu lesen. Heute ist das Buch schwierig zu bekommen und wird ganz sicher weder in Schulen noch in Universitäten oder sonst irgendwo öffentlich noch gelehrt und schon gar nicht in irgendwelchen Kirchen. Verfolgung und Inquisition. Wir sprachen ja vorher schon im letzten Kapitel Märtyrer und Heilige darüber und das wird auch in diesem Fall wieder zurückkommen. Märtyrer oder Verräter. Die römisch-katholische Kirche nimmt im Grunde, und das wird immer deutlicher, das war im letzten Kapitel schon deutlich geworden, das wird in diesem Kapitel noch deutlicher, die römisch-katholische Kirche nimmt Verräter an Jesus Christus, an dem wirklichen, einzigen Jesus Christus aus der Bibel, aus dem echten, einzigen Sohn Gottes, und macht sie zu Märtyrern in ihrer satanischen Kirche. Und das wird auch nochmal ganz deutlich, sobald wir hier in dieses Buch ein wenig mehr hineingehen. Wie gesagt, wir leben heute in einem Klima zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte, so fing Kapitel 13 an. Und Kapitel 14 lässt sich im Grunde in derselben Richtung fortsetzen. Fangen wir doch mal an. Ein altes Beispiel ist der heilige Dominikus, der einen eigenen Orden gründete, die berüchtigte Inquisition einführte und die Hauptverantwortung für die Verfolgung von zwischen Anführungszeichen Ketzern, das heißt Juden und bibelgläubigen Christen, übernahm. Ein weiterer Mann in dieser Tradition ist Ignatius von Loyola, dessen Gesellschaft Jesu eine insgesamt raffiniertere Organisation vom Vatikan gebraucht wurde, um dieselbe Rolle nach der Reformation zu übernehmen. Ja, der einzige Grund, weshalb die Gesellschaft Jesu, la Compagnia de Jesus, überhaupt gegründet wurde, war, um die Konterreformation, die Gegenreformation einzuleiten und eben dafür zu sorgen, dass die Reformation wieder nichtig gemacht wird. Und alles, was die Reformation hervorgebracht hat, nichtig gemacht wird. Dass der Papst wieder über die Könige der Welt regieren kann, wie er das im dunklen Zeitalter tat. Und da geht es ja auch im Augenblick ganz deutlich hin. Nun, weil ich das hier heute aufnehme, will ich die Bemerkung mal eben fallen lassen. Ich bin gerade eine Dokumentation am Schauen vom YouTube-Kanal John Wycliffe, Babylon Has Fallen, Babylon ist gefallen. Ist gerade heute veröffentlicht worden, am 15. Oktober. Am 14. Oktober ist es veröffentlicht worden, aber ich gucke es heute am 15. an dem Samstag, an dem Sabbat, wie gesagt. Und in den ersten drei Minuten habe ich da bereits einen Kommentar darüber geschrieben. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich zeichne das hier auf, dass man das für die Zukunft eben mal festhält, dass ich das heute gleich gesagt habe. Beweis. In der Dokumentation kommt am Anfang ein sicherer Alan Greenspan vor, den die meisten ja wohl kennen, als früheren Vorsitzender der Federal Reserve Bank in Amerika. Und wir wissen ja, von wem die kontrolliert wird, und das sind ja eben nicht die Juden. Und die sprachen da über, was in Venezuela passiert war und wie das Land Venezuela damals, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, dass Alan Greenspan da Vorsitzender war, wie Venezuela im Grunde kaputt gemacht wurde. Und da dachte ich, ist das vielleicht eine prophetische Aussage hierüber? Weil seit gestern, seit dem 14. Oktober, hat die Gesellschaft Jesu einen neuen General gewählt, einen neuen schwarzen Papst, den 31. in ihrer Geschichte. Interessant, dass wir also nach dem 33. zugehen. Vielleicht ist das ja ihr Ziel, insgesamt 33 schwarze Päpste zu haben. Weiß ich auch nicht. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dieser neue schwarze Papst kommt aus Venezuela. Zufall? Weiß ich nicht. Aber doch eine interessante Sache, um mal drüber nachzudenken in der Zukunft. Also damit habe ich den Denkanstoß jetzt schon mal gegeben. Wie gesagt, die Gesellschaft Jesu wurde hauptsächlich oder einiger eigentlich nur dafür gegründet, um die Reformation wieder zunichte zu machen, um sie zu vernichten. Der jetzige Papst zum Schreiben des Buches, also Papst Johannes Paul II., schlug die Heiligsprechung Königin Isabellas von Spanien für das Jahr 1992 vor, rechtzeitig zum 500. Jahrestag der Reise des Kolumbus zur neuen Welt. Nun, Königin Isabella entsandte zwar den großen Entdecker, doch rief sie auch die spanische Inquisition unter Torquemada ins Leben und vertrieb 200.000 Juden wie auch zahlreiche Moslems und Protestanten, bibelgläubige Christen aus Spanien. Dessen ungeachtet wurde Isabella vom Vatikan als, Zitat, eine große Christin hingestellt. Jüdische und muslimische Proteste jedoch zwangen den Vatikan schließlich das Vorhaben zu überdenken und Isabella 1992 nicht heilig zu sprechen. Im September 1987 bestand der Plan, Vater Junipero Serra, den Gründer des kalifornischen Missionssystems im 18. Jahrhundert und ein aktives Mitglied der spanischen Inquisition während des Papstbesuches in Carmel, Kalifornien, selig zu sprechen. Vor diesem Besuch hat es bereits zwei Jahre lang eine Junipero Serra, Gedenkbriefmarke gegeben, die von den Amerikanern für unzählige Auslandsbriefe benutzt wurde. Das war nur eine der Werbemaßnahmen zur Vorbereitung der öffentlichen Meinung. Und über diese Gedenkbriefmarke muss ich eben nochmal eine Fußnote euch vorlesen, die der Autor hier einfügt. Die Herausgabe der Serra-Gedenkmarke durch die US-Postbehörde steht in krassem Gegensatz zur Entscheidung der britischen Post, keine Gedenkmarke zum 500. Geburtstag Thomas Cranmers im Jahr 1989 herauszugeben. Cranmer, Erzbischof von Canterbury unter drei Königen, war ein Gründer der Kirche von England, war Mitverfasser des Allgemeinen Gebetsbuches und zusammen mit den Bischöfen Lettimer und Ridley, ein Märtyrer in Christi in Oxford. Die Entscheidung der Postverwaltung des Geburtstages Cranmers nicht mit einer Sondermarke zu gedenken, war vermutlich gut gemeint, um Anstoß zu vermeiden und die ökumenische Einheit zu fördern. Doch letztlich kommt sie einer Leugnung der wahren Geschichte unserer, also der englischen Kirche und unserer Nation gleich. Ja, während man Katholiken, heilig spricht, feiert, Gedenkmünzen und Briefmarken und was weiß ich nicht alles rausgibt und sogar Filme drüber dreht und 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 passiert dasselbe mit protestantischen Führern wie in diesem Fall Cranmer nicht. Es ist ja schon fast erstaunlich, dass so viel gesprochen wird über den 500. Jahrestag der Reformation in Deutschland 2017, dass man Luther überhaupt noch erwähnt. Aber wie gesagt, wenn man sehen will, wie die Deutschen Luther gedenken, da muss man sich ja nur mal das Video von Walter Veith angucken, wo er die Badburg besucht hat und ständig nur gequasselt wurde von dieser Prinzessin Elisabeth. Und Martin Luther als Säufer und Dummkopf und was weiß ich nicht immer nur dargestellt wird. Schaut euch das Video von Walter Veith mal an oder besucht die Badburg selber und ihr werdet sehen. Alles ins Lächerliche und Negative ziehen, was mit Gott, mit dem wirklichen Gott zu tun hat. Aber gut, über den Junipero Serra fahren wir jetzt hier mal eben weiter im Buch. Der Führer der Kumash-Indianer, Chek Wishauho, sprach in den Medien von Zitat, Indianer-Demonstrationen, wie man sie sein Lebtag noch nicht gesehen hat. Er rief die Erfahrungen mit der Sierra-Mission ins Gedächtnis. Damals war Bekehrung ein brutaler Vorgang. Die Indianer wurden durch die Taufe in die Sklaverei geführt. Sie wurden mit Peitschen geschlagen, mit Ketten und im Stock gebunden. Man zwang sie, in der Ernte zu arbeiten und Missionshäuser zu bauen. Und sie starben wie die Fliegen. Ende Zitat. Die amerikanische Presse berichtete, ein Vatikansprecher habe gesagt, dass der Papstvater Serra, Zitat, aus zeitlichen und verfahrenstechnischen Gründen nicht selig gesprochen habe. Ende Zitat. Doch, merkwürdigerweise berichtete der Catholic Herald anschließend, der Papst habe Vater Serra tatsächlich während seines Besuchs selig gesprochen. Die Begegnung des Papstes mit Clint Eastwood, dem Schauspieler, den ihr wohl kennt, dem Bürgermeister von Carmel, beschäftigte die Presse offenbar derart, dass sie die Seligsprechung überging. Tja. Das ist genau wie wenn sie solche Sachen wie Olympia, Weltmeisterschaften und all solche irgendwelche unwichtigen Dinge planen und das ganz groß in den Medien rausbringen. Das überspielt aber irgendwelche anderen Tatsachen, die hinter den Kulissen dann passieren. Und hier ist die Berichterstattung darüber, dass der Papst sich halt mit Clint Eastwood trifft, so sehr in der Presse aufgebauscht worden, dass man die Seligsprechung des Junipera, der die Indianer also mit anderen Worten durch die Taufe in die Sklaverei geführt hatte, sie mit Peitschen schlug, mit Ketten und dem Stock gebunden hat und sie starben wie die Fliegen, dass man dem seine Seligsprechung eben gar nicht mehr erwähnt. Angesichts der bekundeten Ablehnung war das für den Vatikan sicherlich hilfreich. Ein peinlicher Protest war vermieden worden und der Papst konnte somit Serra ein leuchtendes Vorbild christlicher Tugend und missionarischen Geistes einen Verteidiger und Helden der Indianer nennen. Märtyrer oder Verräter? Heiliger der römisch-katholischen Kirche oder Massenmörder für Satan? Die Frage beantwortet mal selber. Dürfte ja nach dem, was ich gerade eben gelesen habe, nicht so schwer sein. Im Dezember 1989 erhob Antichrist Papst Johannes Paul II. die erste in Kanada geborene Heilige Marie-Marguerite de Juville Zitat zur Ehre der Altäre und pries die heldenhafte Nächstenliebe ihrer Arbeit unter den Armen Montreals. Mitglieder der schwarzen katholischen Gemeinde Montreals jedoch äußerten ihre Entrüstung über die Heiligsprechung und wiesen darauf hin, dass Sainte-Marguerite etwa ein Dutzend Sklaven von ihrem Mann erbte und angeblich weitere kaufte und verkaufte. Wie kann man denn bitte schön so jemanden dann selig sprechen? Jüdische Proteste rief die Entscheidung hervor, Edith Stein heilig zu sprechen, die gemeinsam mit Millionen Menschen jüdische Abstammung in Auschwitz starb. Die Konvertiten Stein, in der römisch-katholischen Kirche jedoch bekannt als Schwester Teresa Benedikta vom Kreuz, also die Jüdin konvertiert zum Katholizismus, bat Gott, ihr Leben als Sühnopfer für den Unglauben der Juden anzunehmen. Sie war bereits selig gesprochen, trotz der Proteste der Juden, die das Empfinden hatten, der Papst wolle aus dem Holocaust Kapital schlagen. Der andere katholische Märtyrer von Auschwitz, Vater Maximilian Kolbe, von dem es heißt, er habe sein Leben gegeben, um einen Vater von drei Kindern zu retten, hatte nach Angaben des Observer-Korrespondenten Neil Asherson, Zitat, vor dem Krieg ein schreckliches antisemitisches Tagesblatt herausgegeben. Ende. Zitat. Der nächste Abschnitt in diesem Kapitel 14 des Buches Alle Wege führen nach Rom, Verfolgung und Inquisition, heißt ein weiteres römisches Reich. Ruft euch immer wieder ins Gedächtnis. Sprechen wir über Märtyrer oder Verräter. Und Verräter an was? An Gott natürlich. Ein weiteres römisches Reich. Die Inquisition, angeführt von den Dominikanern und den Jesuiten, und das wisst ihr natürlich, wenn ihr meine Buchlesung von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil verfolgt habt, 1540 wurden die Jesuiten gegründet, aufgrund der päpstlichen Bulle Regiminis Militantis Ecclesiae, von Papst Paul III. Und 1542 haben die Jesuiten die Inquisition von den Dominikanern übernommen. Also angeführt wurde die Inquisition und eingeführt wurde sie von den Dominikanern, unter anderem in Spanien ja von Tochgemader, von dem wir gerade sprachen. Und dann wurde sie natürlich ganz früh, als die Jesuiten gegründet wurden, von den Jesuiten übergenommen. Und die war gewöhnlich bald auf dem Plan, wenn Spanien und Portugal im 16. und 17. Jahrhundert neue Gebiete erobert hatten. Ja, weil wenn Spanien und Portugal neue Gebiete erobern, dann machen sie das nur im Namen des Papstes. Und sie geben ihm das Land, das sie so gesagt erobern, das sie so gesagt entdecken. Und genauso war es mit Christopher Columbus. Da wurde auch das Land, das er so gesagt entdeckt hat, dem Papst gegeben. Das wurde dem Papst geweiht. Es wurde Maria geweiht später, aber es wurde dem Papst übergeben. Und genauso ist das mit den Jesuiten, bei denen ja im Eid drin steht, geht raus und erobert die Welt für den Papst. Nun, die angewandten Methoden, die oft denen der Serra in Kalifornien und der Nazi-unterstützten Ustaschis in Kroatien ähnelten, legten den Grund für Abwehr und Abneigung, die sich seitdem vielfach als Hindernis für echte Missionare erwiesen haben. Nun, für diejenigen von euch, die nicht so gut bekannt sind, mit was mit der Nazi-unterstützten Ustaschi in Kroatien passierte, wir lesen dann noch ein kleines bisschen mehr drüber in diesem Kapitel später. Aber wer da mehr drüber wissen will, dem kann ich nur anraten, sich meine englische Lesung des Buches Behind the Dictators von Henry Leo, Herbert Leo Lehman, Leo Herbert Lehman, Mensch, nochmal, krieg ich den Namen auf die Reihe hier, Jörg, Leo Herbert Lehman anzuschauen. Und da kommt das viel mehr drin vor, weil das Buch handelt ja hauptsächlich über den Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges und des Dritten Reiches, des Dritten Nazireiches mit der römisch-katholischen Kirche. Und da kommt das natürlich noch viel deutlicher vor. Und wer Englisch kann, sollte das Buch lesen von Avro Manhattan. Da gibt es ein sehr interessantes Buch, nicht nur Vietnam, Why Did We Go? Nee, nee, es gibt da noch ein anderes und das handelt halt über den den Vatican Holocaust da in in Kroatien im Zweiten Weltkrieg in der Zeit zwischen 1940 und 1945. Nun, fahren wir im Buch nochmal eben fort. Albert Klaus, ehemaliges Ratsmitglied der Protestant Truth Society, also der protestantischen Wahrheitsgesellschaft, schreibt über die Jesuitenmission in Indonesien im Jahre 1559, dass, Zitat, die Bekehrung oft wunderbar verkürzt wurde durch die Kolonialgouverneure, deren Milizen den Eingeborenen die Wahl zwischen Mosketenkugel und Taufe ließen. Hm, also mit anderen Worten convert or die. Ja, konvertiere oder stirbe. Diese Sorte von Christentum wurde von der chinesischen Regierung schlichtweg übergangen, als sie im Jahre 1913 das protestantische Großbritannien und Nordamerika bat, den allmächtigen Gott anzurufen, um dass er diese große Nation in ihrer Geburtsstunde als verfassungsmäßig regiertes Land segne. Die Chinesen ließen den Papst außer Acht, weil sie die römisch-katholische Religion in keiner Weise als Christentum ansahen. Die Chinesen beurteilten die Missionare und ihre Lehren nach ihren Früchten. Ende. Zitat. Können wir nachlesen in The Divine Program of the World's History von A. Close. Die Chinesen sind gar nicht so dumm gewesen vor 100 Jahren. Die hatten damals das Kaisertum mehr oder weniger abgeschafft und hatten ein verfassungsmäßig regiertes Land, also eine Republik im Grunde errichtet. Das Volk sollte regieren, protestantisches Prinzip und sie ließen den Papst außer Acht, weil sie die römisch-katholische Religion in keiner Weise als Christentum ansahen. Die haben begriffen, dass Rom sich nur mit dem Christentum den Mantel umgehängt hat, um seine politischen Ambitionen zu verstecken. Das, was ich schon seit immer sage und was auch in Buch nach Buch nach Buch das ich lese und Dokumenten 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 nach dem, was ich lese immer wieder bewiesen wird. Und wie in der Bibel drin steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Das haben die Chinesen getan. Nun sind wir heute 2016 kleine 100 Jahre weiter in der Geschichte und heute werden die Chinesen genauso katholisch regiert wie die Vereinigten Staaten von Amerika und wie die Europäische Union und wie der fast ganze, komplette Rest der Welt. Es hat 100 Jahre gedauert, um den Chinesen, den, ich nenne es mal wie die römisch-katholische Kirche es wohl bezeichnen würde, Blödsinn auszutreiben, zu denken, dass römischer Katholizismus kein Christentum ist. Also ich finde das eine sehr interessante Stellungnahme von A. Close, der also das Buch hier geschrieben hat, Albert Close, Ratsmitglied der protestantischen Wahrheitsgesellschaft, wo er eben schreibt, dass sie den Papst in China außer Acht ließen, weil sie die römisch-katholische Religion in keiner Weise als Christentum ansahen, weil sie eben die Missionare und ihre Lehren nach ihren Früchten beurteilten. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Wenn man die römisch-katholische Kirche beurteilt aufgrund dessen, was ihre Früchte sind, die sie hervorbringt, dann kann man doch wohl deutlich genug sehen, dass das das Antichristensystem ist. In Japan gipfelten die Aktivitäten der römisch-katholischen Missionare in der Aufstellung einer Armee von 30.000 Japanern, die gegen die zivilen und militärischen Vertreter der japanischen Regierung marschierte. Daraufhin wurde 1639 das Ausschlussedikt eingeführt. Zitat Für die Zukunft soll sich niemand, solange die Sonne die Welt erleuchtet, erdreisten, nach Japan zu segeln, nicht einmal in der Eigenschaft eines Botschafters. Diese Erklärung darf bei Todesstrafe niemals widerrufen werden. Ende Zitat Na ja, genau so wie die Abschaffung der Jesuiten 1773 durch Papst Clement XIV. für die Ewigkeit sein sollte, sollte eben auch dieses Papier für die Ewigkeit sein. 50 Jahre später in England haben sie dasselbe gemacht, weil sie die Bill of Rights eingeführt hatten. Ja, und haben auch da dafür gesorgt mit der Royal Declaration, die ich ja bereits in einem anderen Teil vorgelesen hatte, nicht für euch in Deutsch, sondern in Englisch, das war ja ganz wichtig in dem einen Kapitel, glaube ich, Kapitel 9 oder so, weiß ich nicht mehr, da war das wohl drin, auf jeden Fall in diesem Buch, dass das für die Ewigkeit sein soll, da ist nix für die Ewigkeit, Leute. Nix. Für die Zukunft soll sich niemand, solange die Sonne die Welt erleuchtet, erdreist, nach Japan zu segeln, also erstens mal zu sagen, solange die Sonne die Welt erleuchtet, ja, das könnt ihr ja gerne machen, aber ich lebe lieber in einer Welt, in der Gott das Licht der Welt ist und er die Welt erleuchtet und nicht die Sonne. Soll sich niemand erdreist, nach Japan zu segeln, nicht einmal in der Eigenschaft eines Botschafters, weil als solche kamen die Jesuiten erst nach Japan im 16. Jahrhundert und deswegen hatten sie im 17. Jahrhundert 1639 das Ausschlussetik gemacht, weil sie hatten mitbekommen. Dass die Jesuiten nicht als Missionare des echten Christen handelten und sie haben natürlich dann gemerkt, Christentum, das wollen wir nicht, weil wenn das, was die Jesuiten uns hier verkaufen, Christentum ist, dann sind wir besser mit unserer eigenen Religion. Diese Erklärung darf bei Todesstrafe niemals widerrufen werden. Naja, ich glaube nicht, dass da viele Leute deswegen gestorben sind, weil heutzutage sind die Jesuiten in Japan genauso wie sie überall sonst sind. Jedenfalls fährt der Autor jetzt fort, es ist interessant, diese Erklärung einmal mit der Abschlussklausel der Bill of Rights zu vergleichen, die nur 50 Jahre später in England erlassen wurde, also 1689. Und da ging ich eben darauf ein, auf die Royal Declaration, die ja auch von 1689 ist. Und da hat er ja aus der englischen Enzyklopädie vorgelesen. Die Japaner hatten ihre Tore zunächst, also im 16. Jahrhundert, bereitwillig geöffnet, als westliche Seefahrer und Entdecker eintrafen. Warum auch nicht? Die Japaner sind ein freundliches Volk. Nun zogen sie sich wieder in die feudale Isolationspolitik zurück, weil sie wahrscheinlich die Missionare und ihre Lehren nach ihren Früchten beurteilt hatten. Nach der Erfahrung mit dem Vatikanischen Imperialismus waren sie davon überzeugt, dass das zwischen Anführungszeichen Christentum nichts anderes sei als ein Zitat westliches Folterwerkzeug zur Erzwingung politischer und religiöser Herrschaft. Ende Zitat Aus Avro Manhattans Buch Vietnam Why Did We Go? Vietnam Warum sind wir gegangen? Seitdem und bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs hinein waren die Japaner ein Volk mit gutem Gedächtnis, sehr von ihrer Geschichte bestimmt und in Ahnenverehrung verstrickt, äußerst misstrauisch gegen zwischen Anführungszeichen Christen. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Japan heute eine der am wenigsten evangelisierten großen Nationen der Erde ist. Weil sie nicht verstanden haben, dass das Christentum nicht gleichzusetzen ist mit römischem Katholizismus. Diese Vorgänge helfen vielleicht auch, die Grausamkeiten und Brutalität japanischer Gräueltaten im Pazifischen Krieg zu erklären, auch wenn sie natürlich nicht entschuldigt werden können. Nein, aber man muss halt verstehen, dass die Japaner ein durch und durch sonnenanbetendes heidnisches Volk sind und überhaupt keine Moralvorstellungen haben, die sogenannte christliche Nationen Wohl haben. Und von daher begehen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit Gräueltaten wie hier steht während des Pazifischen Krieges die uns Christen nicht nur die Nackenhaare aufstellen lassen, weil Inquisitoren haben das auch gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, lebendig gehäutet zu werden? Es gibt Techniken, um das zu machen, die gab es vor ein paar hundert Jahren schon, die gibt es heute immer noch. Lebendig häuten. Das haben die Inquisitoren gemacht, das haben auch die Japaner gemacht in dem Pazifischen Krieg und auf alle möglichen bestialischen Arten und Weisen ihre Feinde umgebracht. Und eben das erklärt es, weil sie eben sich von den Christen losgesagt haben, weil sie von den Christen ein verkehrtes Bild hatten, sie hatten von den Christen das Bild des römischen Katholizismus und das ist eben nicht das richtige Bild. Und deswegen kann man diese Gräueltaten im Pazifischen Vatikanische Pläne das Jahr 1992 zu einer triumphalen Gedenkfeier des 500. Jahrestages der Entdeckung und Evangelisierung Lateinamerikas zu gestalten begannen nach hinten loszugehen, schrieb Jan Rocker in The Guardian im April 1991. Zitat Seit eingeborenen Gruppen zusammenkommen, um die Rolle der katholischen Kirche in dem Völkermord anzuprangern, den die Entdeckung ihnen beschert habe. Den 500. Jahrestag feiern heißt ein Massaker feiern, sagen Indianerführer in Mexiko. Aha. In Ecuador bezeichnen sie das Geschehen als eine Invasion, die den Völkermord mit sich brachte durch die Übertragung europäischer Krankheiten, durch Ausbeutung und durch die Trennung von Eltern und Kindern. In Peru ging der südamerikanische Eingeborenen Rat noch weiter. Hört gut zu, als er feststellte, Zitat, wären Beobachter internationalen Menschenrechtsorganisationen während der Eroberung zugegen gewesen, dann wären der spanische Staat und die römisch-katholische Kirche weltweit für ihre Gräueltaten an dem indianischen Volk verurteilt worden. Der an den Indianern verübte Völkermord lässt Hitlers Völkermord an den Juden gering erscheinen. Ende Zitat Publiziert in The Guardian internationale Nachrichten 20. April 1991 Könnt ihr euch vorstellen, dass in einer deutschen Zeitung jemals stehen würde, dass der an den Indianern in Südamerika verübte Völkermord Hitlers Völkermord an den Juden gering erscheinen aussehen lassen würde? Könnt ihr euch das vorstellen, wo wir doch immer nur über den Holocaust unsere Schuld eingebläut bekommen in Europa, hauptsächlich in Deutschland? Ich glaube nicht, dass man so etwas in Deutschland schreiben könnte und wenn man es veröffentlicht hat, dass es zwei Tage später noch zu finden wäre. Das ist dann doch mal irgendwo eine gewisse Pressefreiheit, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Dass in The Guardian steht, der an den Indianern verübte Völkermord lässt Hitlers Völkermord an den Juden gering erscheinen. Bravo The Guardian um das mal raus zu bringen. Der nächste Abschnitt dieses Kapitels wird auch noch interessant und heißt Inquisition im 20. Jahrhundert Kroatien. Und naja, da gehen wir halt über die Dinge ein, die ich ja schon angekündigt hatte. Ustashi, Kroatien, Serbien. Erinnert euch auch an die 90er Jahre. Eine Neuauflage der ganzen Sache, wo wieder die Serben vernichtet wurden. Gehen wir gleich drauf ein. Und wie gesagt, Inquisition im 20. Jahrhundert ist auch nicht viel anders als im 21. Jahrhundert und denkt immer dran, die römisch-katholische Kirche produziert Märtyrer oder Verräter. Wir brauchen gar nicht so weit in die Geschichte zurückzugehen, sagt der Autor hier, um einen weiteren Eindruck von dem selben Missionsgeist zu bekommen. Aus einem Memorandum in den Unterlagen des Spionageabwehrkors der US-Armee datiert vom 12. September 1947 geht hervor, dass Agenten die nach dem Zweiten Weltkrieg entflohene Nazi-Verbrecher jagten, mit Absicht die Gefangennahme eines Mannes vermieden, weil Zitat seine Verbindungen so hoch und seine gegenwärtige Stellung so bloß stellend für den Vatikan sind, dass eine Auslieferung des Subjekts der römisch-katholischen Kirche einen niederschmetternden Schlag versetzen würde. Ende Zitat Der Mann, um den es hier geht, war Anton Pavelic, Oberhaupt des neuen kroatischen Staates, der während des Krieges aus Jugoslawien herausgeschält worden war. Während Pavelics vierjähriger Regentschaft verfolgten er und der römisch-katholische Erzbischof Alois Stepinac eine Konvertier- oder Stirb-Politik Schon mal gehört? Convert or die? Konvertiere oder stirb? Habe ich doch schon mal vor knappen 20 Minuten schon mal vorgelesen. Unter den 900.000 griechisch-orthodoxen Serben, Juden und anderen in Kroatien lebenden Bevölkerungsgruppen, worunter eben auch protestantische bibeltreue Christen. 200.000 ungefähr Konvertierten, 700.000 die den Tod wählten, wurden gefoltert, verbrannt, lebendig begraben oder erschossen, nachdem sie ihre eigenen Gräber ausgehoben hatten. In dieser entsetzlichen Verfolgung von Seiten der Ustashi geschahen viele der schlimmsten Gräueltaten des Krieges. Jedenfalls waren die Verstümmelungen furchtbar und die Grausamkeit schrecklich. Die katholische Kirche überließ die Durchführung eines religiösen Krieges nicht weltlichen Händen. Nein, sie war selbst zugegen, offen, jede Vorsicht außer Acht lassend und so kühn wie seit langem nicht mehr. Mit Beil, Degen oder Gewehr inszenierte die römisch-katholische Priesterschaft das Massaker und wurde so ihr eigenes Werkzeug der Inquisition wie in den Tagen Torke Mardas. Viele der Ustashi-Offiziere waren Priester und Mönche, vereidigt mit Schwert und Gewehr für den Sieg Christi und Kroatiens zu kämpfen, wie wir lesen in Avro Manhattans Buch The Vatican Holocaust von 1986. Ein Buch, das ich jedem nur anraten kann, der Englisch kann, zu lesen. Priester spielten eine Hauptrolle bei der Schließung oder Übernahme orthodoxer Kirchen, bei der Beschlagnahme von Gemeindebüchern und dem Verhör orthodoxer Geistlicher. Erinnert euch mal, was ich euch vorgelesen habe in dem Buch Die Heiligen Väter von Alberto Rivera, Beschlagnahme von Gemeindebüchern, Infiltration von Denominationen, man muss das alles immer irgendwo im Zusammenhang sehen. Also bei der Beschlagnahme von Gemeindebüchern und dem Verhör orthodoxer Geistlicher. Sie beaufsichtigten auch Konzentrationslager und veranlassten die Folterung vieler ihrer Opfer. Der französische Autor Edmond Paris von Geburt Römischer Katholik, der mit seinem Buch Convert or Die eine gründliche Darstellung dieses schrecklichen Massakers vorgelegt hat, sagte, Zitat, Für Für die Welt ist es schwer zu glauben, dass im 20. Jahrhundert ein ganzes Volk von einer Regierung und einer religiösen Hierarchie zur Ausrottung verurteilt sein konnte, nur weil es einer anderen ethnischen und rassischen Gruppe angehörte und das byzantinische Christentum und nicht dasjenige Roms geerbt hatte. Ende Zitat Edmond Paris aus dem Buch Convert or Die Der Welt sind diese Vorkommnisse so gut wie unbekannt und deshalb kann sie gar nicht ganz verstehen, was seit 1991 in Jugoslawien geschieht und vergesst nicht 1998 99 2000 in der Zeit soweit ich mich erinnere, wo dasselbe wieder passiert war und man immer die orthodoxen Serben als die schlechten dargestellt hat. Wie sagen die Jesuiten das? Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, wenn die kirchliche Hierarchie mir das so sagt. Gut ist böse, böse ist gut. Weiß ist schwarz, Lüge ist Wahrheit, Licht ist Dunkelheit. So agiert die römisch-katholische Kirche. Hat sie immer getan und tut sie immer. Also wenn ihr lest, dass die orthodoxen Serben die schlechten waren, ist genau umgekehrt. Übrigens leicht zu erklären, da Kroatien komplett katholisch ist. Und wir wissen ja inzwischen, wofür Katholizismus steht. Im September 1991 brachte der Sunday Telegraph Schreiber Andrew Roberts seine Überraschung darüber zum Ausdruck, dass in der gegenwärtigen Krise fast sämtliche westlichen Medien sich entschieden haben, für die Kroaten einzutreten. Er schließt die Frage an, welche Reaktion erwartet man denn von den Serben auf die Entscheidung, das karierte Symbol der Ustaschis als kroatische Nationalflagge zu übernehmen? In Krahina braucht man länger als die 45-minütige Konzentrationsspanne der heutigen CNN-Berichterstattung, um zu vergessen, wie franziskanische Mönche an dem Blutbad unter den Serben im kroatischen Bosnien beteiligt waren. orthodoxen Serben war Schutz versprochen worden, wenn sie zum Katholizismus konvertierten, doch nach Betreten der Kirchen wurden sie unter den Augen der Priester getötet. Ende Zitat In seinem maßgebenden Buch Roman Catholicism schreibt Professor Lorraine Bettner von seinen eigenen Empfindungen angesichts der Tatsache, dass solche unerhörten Tatsachen wie damals wie heute verschwiegen werden. Zitat aus dem Buch von Lorraine Bettner Roman Catholicism Am erstaunlichsten war die Art und Weise, mit der jene Verbrechen übergangen und vertuscht wurden, obwohl ähnliche Massaker an Juden in Deutschland die weiteste Beachtung erhielten. Ein weiterer Beweis dafür, wie heimtückisch und wirksam der römische Klerus seinen Einfluss auf Presse und Rundfunk ausübt. Inter Mirifica Doch jetzt hat ein französischer Autor, ein gebürtiger römischer Katholik die Geschichte in seinen reichhaltig dokumentierten Büchern The Vatican Against Europe und Genocide and Satellite Croatia dargelegt. Ein anderer französischer Autor, Hervé Laurier, berichtet dieselben Ereignisse in seinem Buch Assassins in the Name of God sowohl Paris als auch Laurier weisen die Verantwortung eindeutig den Priestern der Kirche Roms zu. Ende Zitat von Lorraine Bettner Roman Catholicism Der Doxen durch die kroatischen Katholiken war mit ihren 750.000 getöteten Serben in nur vier Jahren noch schrecklicher und in seinen Ausmaßen noch weit höher. Pavelic Verbrechen wurden mit Hilfe vatikanischer Spitzenkontakte unter den alliierten Mächten vertuscht und er durfte sich so manchem römisch-katholischen Kriegsverbrecher anschließen, der auf der Klosterflucht Route aus Europa katapultiert wurde. Diese Rattenbahn Vatican Red Lines wurde wie es in dem Nachruf für Klaus Barbie den Schlechter von Lyon in the Independent High von einem kroatischen Kirchenmann in Verbindung mit dem Vatikan verwaltet. Hört gut zu. Pavelic kehrte 1959 aus Südamerika zurück, um sich in einem deutschen Krankenhaus in Madrid behandeln zu lassen. Monate später starb er und an seinem Sterbetag wurde ihm der persönliche Segen von Papst Johannes dem 23. erteilt. Sein Mitarbeiter in diesem unsäglichen Verbrechen, wie wir uns erinnern, Alois Stepinac, wurde von Antichrist Papst Pius dem 12. nach dem Krieg zum Kardinal ernannt, obwohl er 1946 vom jugoslawischen Tito-Regime verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt war. Stepinac hatte Pius den 12. 1942 zweimal in Rom besucht, um ihm von der Bekehrung von 244.000 Serben zum römischen Katholizismus zu berichten. Ja, Bekehrung, konvertiere oder stirb, bekehre oder stirb. Sein Tod im Jahr 1960 erweckte ein kraftvoll orchestriertes Konzert von Trauer- und Lobesgesängen in allen katholischen Ländern. Er wurde in römisch-katholischen Kreisen wie ein Märtyrer gehandelt, weil er fünf Jahre unter Hausarrest gestanden hatte. Kardinal Spellman in New York, der Papst von Amerika, benannte sogar eine katholische Hochschule nach ihm. Der Mann, der 1941 schrieb, Zitat, Hitler ist von Gott gesandt, Ende Zitat, und der in einem Hirtenbrief das Vorgehen der Ustachis als, Zitat, das Werk des Herrn, Ende Zitat, nannte, wird nach alledem einen Heiligenschein tragen und kanonisiert werden, prophezeite Edmond Paris. Ja, sprechen wir dann über Märtyrer oder über Verräter. Stipinaks Nachfolger Kardinal Frangio Kurarik bedrängt den jugoslawischen Staat als Vorstufe für Stipinaks Heiligsprechung das Urteil Titus zu widerrufen. Es besteht große Sorge, dass der kroatische Nationalismus wiederum genährt von dem selben religiösen Geist erneut aufbricht, wenn auch die Serben dies durch militärische Präventiv Maßnahmen zu verhindern suchen. Medjugorje ist ein kroatisches Dorf in Herzegowina. Den 17 Millionen Pilgern, die den dortigen Marienschrein während der vergangenen neun Jahre besucht haben sollen, ist größtenteils nicht bewusst, dass die Franziskaner, welche die Kirche betreiben und den Visionären zur Seite stehen, leidenschaftliche Nationalisten sind, die sogar behaupten, die Jungfrau spreche reines Kroatisch und nicht Serbokroatisch, wie die meisten Jugoslawen ihre Sprache noch immer nennen. Führende kroatische Nationalisten sind bereits in Medjugorje oder planen für die nächste Zeit einen Besuch. Bilder von der Kirche von Medjugorje und von der Jungfrau Maria erscheinen oft auf nationalistischen Kundgebungen und werden während der Messe gegen die Mauern der Kathedrale gelehnt. Der Platz vor der Kathedrale in Zagreb, also der Hauptstadt Kroatiens, soll nach Kardinal Alois Stepinak benannt werden, 40 Jahre nachdem er für seine, wie es jetzt nur noch heißt, angeblichen Verbrechen inhaftiert wurde. Zitat Er ist ein großer Held in unserem Land und wird für seinen Mut sehr bewundert. Er ist ein Held, ein Märtyrer oder ein Verräter, sagte Medjenko Zagar, der Generalsekretär der neuen Regierenden Christlich-Demokratischen Union. Ja, die gibt's da auch. Die ist genauso christlich wie die Christlich-Demokratische Union in Deutschland. Die CDU, diese katholische, diese Antichristen-Regierung. Kroatische Nationalgardisten beten am Grab des Mannes, der vor fast 50 Jahren am Ostertag 1941 von der Kanzel der Zagreber Kathedrale die illegale Gründung des unabhängigen Staates Kroatien ausgerufen hatte und der das möglicherweise rücksichtsloseste, grausamste und barbarischste Regime, das die Welt je sah, unterstützt und ermöglicht hatte. Ja, ich glaube, dass sogar das Regime von Adolf Hitler im Vergleich nichts war, wenn man das damit vergleicht, was in Kroatien damals passierte. Der nächste Abschnitt in dem Kapitel Nummer 14 aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom, Verfolgung und Inquisition heißt die moderne Inquisition Die Rehabilitierung der althergebrachten Inquisition ist für den Vatikan so etwas wie ein Glaubensartikel. Denn die Inquisition ist quick lebendig und im Rahmen der durch die demokratischen Freiheiten auferlegten Grenzen so mächtig wie eh und je. Der römisch-katholische Autor, Theologe und ehemalige Priester Peter de Rosa beschreibt in seinem Buch Vickers of Christ The Dark Side of the Papacy also Stellvertreter Christi die dunkle Seite des Papsttums aus 1988 darin schreibt er über die moderne Inquisition Zitat In Casa Santa Santa Claus In Casa Santa hat das Haus des Papstes unter den Einheimischen den Namen Palast der Inquisition. In den letzten Jahren ist die heilige katholische und apostolische Inquisition wegen der schlechten Presse ähnlich der sowjetischen Geheimpolizei mehrfach umbenannt worden. 1908 wurde aus dieser ältesten heiligen Versammlung Roms das heilige Amt 1967 änderte sich der Name in Versammlung für die Lehre und den Glauben Der jetzige Sekretär und oberste Beamte der Groß Inquisitor von Eedem ist der bayerische Kardinal Ratzinger doch die Präsidentschaft übt nach wie vor der Papst aus Ende Zitat der bayerische Kardinal Ratzinger der später nach dem Tod Papst Johannes Paulus des Zweiten Papst wurde Wir sind Papst schrieb damals die Bild ganz glücklich Dieser Kardinal Ratzinger das nehme ich mal eben vorweg war 25 Jahre Oberster Sekretär und Oberster Beamter der Groß Inquisitor der Versammlung für die Lehre und den Glauben also der Inquisition wie sie heute heißt 25 Jahre und als der als Papst abgetreten ist haben wir als nächstes den ersten offiziellen Jesuiten Papst bekommen mit Franzis Borgoglio ein Schäme wer Böses dabei denkt an anderer Stelle beschreibt Rosa Ratzinger Zitat die rechte Hand des Papstes Ende Zitat als einen Mann der beispielsweise zum Telefonhörer greift und einen Priester in Los Angeles anruft um ihm zu sagen er solle entweder seine Umfragen unter Bischöfen zum Thema Zölibat unterlassen oder seine Koffer packen und augenblicklich verschwinden es ist nicht überraschend dass Theologen von ihrem Lehrposten entfernt werden Priester ihres Amtes einstweilig enthoben werden weil sie nicht unfehlbare Lehren anfechten es ist nicht überraschend dass ein Priester bestraft wird weil er wie Jesus handelte dem Betrübten diente und sich weigerte jemanden zu exkommunizieren der Ernsthaftigkeit und Liebe im Herzen hat derselbe Kardinal Ratzinger hat auch zu ARCIC also der anglikanischen römisch-katholischen Interglaubenskongregation der Vereinigung und der ökumenischen Entwicklung Stellung bezogen indem er in der Heilslehre und im Kirchenverständnis größere Zugeständnisse an Rom forderte in dem hoch profilierten Vatikan der letzten Jahre dieses Jahrtausends ist das öffentliche Image des Kardinals ebenfalls von Bedeutung The Catholic Herald meldet Zitat Der gestrenge Kardinal Josef Ratzinger der wegen seiner ungeduldsamen Führungsrolle als Präfekt der Versammlung für die Lehre und den Glauben in Italien den Spitznamen der moderne Inquisitor trägt soll die Hauptattraktion einer neuen italienischen Fernsehstation werden Ende Zitat Der Artikel sagt weiter dass der Vatikan entschieden abstreite diese Station zu finanzieren und dass das Stadtkapital von zwei römischen Opus Dei Geschäftsleuten Stamme können wir nachlesen im Catholic Herald vom 13. Januar 1989 Naja es hat eine etwas andere Entwicklung genommen und der Kardinal wurde Papst und hat Geschichte geschrieben durch Erste Zweite Papst in der Geschichte des Papsttums zu sein der lebend aus seinem Posten zurück trat um Platz zu machen für den ersten Jesuiten Papst und jetzt lesen wir eben noch Kapitel 15 weil das ist nur zwei Seiten lang und heißt die besorgte Katholik Bedenken gegen die Richtung des Papsttums ist von vielen Menschen innerhalb der römischen Kirche geäußert worden und da muss ich nur eben ein Ding zu sagen das müsst ihr euch da mal selbst anschauen es gibt da eine Webseite die man sich angucken sollte die man kennen sollte und diese Webseite heißt Most Holy Family Monastery und der Link wird wahrscheinlich auch in der Beschreibungsbox des Videos hier mit drin sein könnt ihr euch dann anschauen und das ist eine Webseite von Ultrakatholiken die eine hundertprozentige Rückkehr zu der Konzil von Trian Politik möchten Most Holy Family Monastery in einem Wort .com könnt ihr euch ja mal anschauen wenn ihr das wollt das sind wirklich ultra rechte ultra aggressive Katholiken und eben Bedenken gegen die Richtung des Papsttums nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Ökumenischen Bewegung ist von vielen Menschen innerhalb der römischen Kirche geäußert worden eben aus der Richtung kommen die Leute die nennen alles was nach Vatikan 2 passiert ist alle Papste nennen sie Anti Päpste oder auch Antichristen aber wir wissen ja alle dass jeder Papst der Antichrist ist aber wie gesagt das nur eben zur extra Information für euch wir fahren im Buch fort der bedeutendste Kritiker der Amtsführung Johannes Paulus des Zweiten unter den katholischen Prälaten war der traditionalistische Erzbischof Marcel Lefebvre der im März 1991 im Alter von 85 Jahren starb Lefebvre der 1988 exkommuniziert worden war weil er Bischöfe in seiner nach dem konservativen Papst Pius X benannten Gesellschaft geweiht hatte klagte dass der polnische Papst also Johannes Paul II Zitat die ganze Zeit über Menschenrechte und über Ökumene spricht aber nicht über die Wahrheit Ende Zitat in der römisch-katholischen Kirche hat noch nie von den Ultrarechten noch niemand die Wahrheit gesprochen davon abgesehen wiederum Peter Rosa der Autor des Vickers of Christ Dark Side of the Papacy wie bereits im vorigen Kapitel erwähnten Buch und Pierce Compton der Autor von The Broken Cross also das gebrochene Kreuz beides entschiedene Katholiken beschrieben die Bücher aus denen wir zitierten in der Besorgnis um die Kirche Roms die sie jeder aus einem anderen Blickwinkel in großer Gefahr sehen Ich sehe die römische Kirche in gar keiner großen Gefahr außer der dass sie von Jesus Christus vernichtet wird wenn er zurückkommt kann gar nicht warten bis das endlich passiert Die beiden Autoren vertreten zwei recht unterschiedliche Positionen innerhalb des römischen Katholizismus Auf der einen Seite steht Professor de Rosa gegen die wie er es sieht herrschaftlich zurückblickende Art des Papsttums unter Johannes Paul dem Zweiten die sich seines Erachtens unvorteilhaft von der fortschrittlichen einfühlsamen Amtszeit Johannes 23 abhebt Compton andererseits äußert sich zutiefst besorgt über die liberalen Abweichungen und die damit einhergehende Geringschätzung alter und geheiligter Traditionen und Orthodoxie Diese Sicht die sehr stark von dem ultrakonservativen Flügel der römischen Kirche um Erzbischof Lefewe vertreten wird unterstreicht die dass der ökumenische Aufbruch von Vatikanum II keineswegs alle Katholiken auf seiner Seite hat Dies gilt für Anglo-Katholiken sicherlich ebenso und die Formierung der hochkirchlichen Gruppe Church in Danger ist Ausdruck ihrer Sorge mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner fortgeschwemmt zu werden Die römische Kirche hat die erstaunliche Fähigkeit gleichzeitig in beide Richtungen zu blicken und dabei den Schein von Festigkeit und Klarheit zu wahren den Schein zu wahren so schreibt der Autor richtig Johannes Paul II. zeigt diese Fähigkeit ebenso wie alle seine Vorgänger Obwohl weiterhin als konservativ und orthodox angesehen liefert dieser Papst nach Ansicht Dr. Malachi Martins der eng mit ihm zusammenarbeitete Zitat dennoch frommen Katholiken Anlass die Rechtmäßigkeit eines Papstes zu hinterfragen der die katholische Kirche bewusst in Bestechlichkeit Freimaurerei satanische Praktiken und zügellosen Ungehorsam sowohl von Priester als auch von Laien hineinfallen lässt Dr. Martin der trotz dieser Beobachtung im Allgemeinen dem Papst wohlwollend gegenüber zu stehen scheint und offensichtlich an seine geistgewirkte Sendung glaubt sagt dass Zucht und päpstliches Ansehen in der Kirche schweren Schaden genommen haben und dass der Papst dies zugelassen hat bis das Zeichen vom Himmel erscheinen wird dass unsere liebe Frau von Fatima verheißen hat das Johannes Pauls Übernahme der moralischen und geistlichen Weltherrschaft verkünden wird das Zeichen am Himmel das nach der festen Überzeugung des Papstes bald sichtbar werden wird ist begleitet vom zweiten Kommen Mariens das bei der ersten Erscheinung von Fatima angekündigt wurde es gibt eindeutig Disziplin Probleme in der katholischen Kirche die sich sowohl im konservativen wie im liberalen Lager in beträchtlichem Widerstand gegen die Grundsatzentscheidungen des Papstes äußert besonders unter den führenden Denkern der Kirche wie bei den Finanzen mag man zuweilen den Eindruck erhalten alles ginge drunter und drüber doch die große Mehrheit der römischen katholischen katholiken steht steht mit unerschütterlicher treue zum papsttum die zucht dieser institution lässt sich daran ablesen dass die öffentlichkeit durchweg zumindest so fest bleibt wie eh und je die eindeutigen positionen die der jetzige papst anscheinend bezogen hat seine entschlossenheit gegenüber liberalen theologen seine starke moralische haltung das alles kommt bei entscheidenden bei entschiedenen katholiken gut an und bezeichnenderweise bei vielen evangelikalen ebenfalls evangelikale wohin untertitel des buches ihr akzeptiert das was der papst macht weil er eine bestimmte entschlossenheit gegenüber liberalen theologen zeigt eine starke moralische haltung hat das aber nicht die moral der bibel oder und deswegen kommt er bei vielen evangelikalen ebenfalls gut an der anglo-katholische rundbrief ecclesia schrieb im dezember 1990 das zitat der jetzige papst viel dazu beiträgt die kirche auf bessere wege zurückzuführen nachdem der geist des zweiten vatikanischen konzils ein entsetzliches durcheinander angerichtet hatte endet zitat wie johannes paul der zweite es fertig bringt sich die treue ernsthafter katholiken zu erhalten während deren einklang mit den verlautbarungen der madonna von magic gorgia andere religionen in die arme schließt dies ich ich danke zuhören ich sehe ich sehe ich sehe verwüstung des christentums ich sehe die rauchenden ruinen ich sehe die herrschaft von ungeheuer ich sehe jene vize götter jenen gregor den siebten jenen innozenz den dritten jenen bonifatius den achten jenen alexander den sechsten gregor den dreizehnten pios den neunten ich sehe ihre lange folge ich höre ihre unerträglichen lästerungen ich sehe ihren abscheulichen lebenswandel ich sehe wie sie angebetet werden von verblendeten generationen wie sie hohle segnungen austeilen wie sie ihren verlogenen ablasshandel treiben und ein heidnisches christentum schaffen ich sehe ihre livrierten sklaven ihre geschorenen priester ihre zölibatären beichtväter ich sehe den richtigen beichtstuhl ich sehe die verführten frauen die ermordeten unschuldigen ich höre die verlogenen absolutionen ich höre die schreie der opfer ich höre die ansprüche die flüche den donner der interdikte ich sehe die folter ich sehe die verließe scheiter ich sehe die unmenschliche inquisition jene feuer von smithfield jene gemetze der bartholomäers nacht jene spanische armada jene unsäglichen dragunaden jene endlose kette von kriegen jene entsetzliche menge von massaker ich sehe das ganze system und im namen des ruins den es in der kirche und in der welt verursacht hat im namen der wahrheit die es verleugnet hat des tempels den es geschändet hat des gottes den es gelästert hat der seelen die es zerstört hat im namen der millionen die es getäuscht hat der millionen die es dahin geschlachtet der millionen die es verdammt hat gemeinsam mit heiligen kennern mit edlen reformatoren mit unzähligen märtyrern mit den glaubenden aller zeiten brandmarke ich es als satans meisterstück als den leib die seele und das wesen des antichristen jeder christ hat die heilige pflicht im gebet den antichristen zu bekämpfen und was der antichrist ist darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten christen fragen geben wenn es nicht das papsttum der kirche roms ist dann gibt es nichts auf der welt das mit diesem namen bezeichnet werden könnte denn es verletzt christus weil es ihn in seiner herrlichkeit beraubt weil es an die stelle seines sühnopfers setzt und ein stück brot an die stelle des erlösers erhebt und ein tropfen wasser an die stelle des heiligen geistes und weil es einen fehlbaren menschen wie uns als stellvertreter christi auf erden stellt wenn wir das papsttum im gebet bekämpfen weil es gegen christus steht dann sollen wir die personen lieben auch wenn wir ihre irrlehren passen wir lieben ihre seelen auch wenn wir ihre dogmen verabscheuen so werden unsere gebete vor gott angenehm weil wir unseren blick auf christus richten wenn wir leben die die ökumen die ökumen die rühmen ist die größte katastrophe die in diesem jahrhundert über die christliche kirche hereingekommen ist sie hat die kirchen dieses landes zu einer ansammlung blutleerer rückgratloser haltloser organisationen schrumpfen lassen die kaum noch ein müdes wimmern für christus und die wahrheit zustande kein wunder dass die bosheit so sehr zunimmt und die geistliche finsternis über jahre immer dichter wird ernsthafte christen mit nüchternem lebenswandel und tiefer geistlicher gesinnung sind in ihren augen fanatiker und fromt wenn das stimmt dann waren erhabene gottesmänner wie john nox in schottland johannes calvin und martin luther auf dem kontinent und erzbischof cranmer in england ebenfalls fromtour in ihrem kampf gegen die irrlehren des papstums wir rühmen uns ihrer gemeinschaft mit 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 Vielen Dank.